Jetzt kommen wir rein nach Lasbeckdorf. Hier SPD Wahlplakat. Und wie schnell fahre ich? 36, das geht ja noch. Wahlplakate überall, hier die Linke. Dann hier einmal, zumindest ein Stein, Lasbeckdorf. Ja, fahre wir mal geradeaus. Das klingt gut, nehmen wir nicht mit. Ja, die Hüfte sieht gleich. Rollschuh. Das war Lasbeckdorf. 1. Mai 2015. Bye-bye.